Musik Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wir spielen diesmal Super Mario Bros. Wii. Nur gibt es eine kleine andere Anführung, denn ich möchte euch was erklären. So, die Wii stellt immer um auf 420, 400, helfen wir mal hier, egal, werden wir gleich sehen. Er stellt immer auf ein bestimmtes Format um. Das ist eine Übergröße, was heißt, dass das Bild nicht korrekt angezeigt wird, sondern über den Bildschirm herausgezeigt wird. Und ich muss jede Weile, bei jedem Mal, wenn die eine Zeit lang aus dem Strom raus und war, in die Einstellung und Bildschirm, Fernseher und hier erstmal auf 50 Hertz 576i umstellen, damit das Bild sich einrastet und dann auf 480p zurückstellen, dass das Bild wieder auf 480p steht. Deswegen sieht es hier, man sieht auch wenig, also immer 560, man muss erstmal 50 Hertz einstellen, damit das Bild sich ausrichtet und dann 480p, damit das Bild wieder scharf aussieht. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum das Bild nicht Vollbild ist, sondern immer nur so ein Feld, also so ein 4 zu 3 Format. Weil man sieht hier, hier ist ja Fullscreen, Breitbild, also das sieht man ja. Was verstehe ich nämlich nicht im Video. Vielleicht liegt es noch an den 480p, dass es einfach kein Breitbildformat ist. Aber kann ich mir nicht vorstellen, es gibt ja auch andere Breitbildformat, 480p-Bilder-Videos, meine ich. So. Jetzt seht ihr hier, Super Mario Bros. Wii. Wir spielen jetzt das als Haupt-Videoreihe, statt Mario Galaxy, denn Mario kommt, denn bald kommt Super Mario Bros. für den DS-T2. Und ich richte jetzt mal die Kamera wieder zurück aus. So. Ich hoffe, das war so ungefähr. Ja, genau. Wii-Controller. Dann starte ich nämlich, wenn ich meine Fernwinde nur wieder finde. Oh, scheiße. Jetzt seht ihr, kann ich auch ganz kurz erklären, meine Audio-Verlängerung ist endgültig finito. Da geht nichts mehr. Weswegen ich jetzt hier so klobige, fette Kopfhörer habe und die drücken mächtig. Die drücken mächtig. Und ich werde mir morgen neue versuchen zu besorgen, wenn es welche da gibt. Und ich hoffe, dass mir der Ton hier nicht geklaut wird. Okay, ist alles gut. Ich höre aber nur links was, was auch sehr merkwürdig ist. Ah, war nicht richtig drin. So. Jetzt muss ich ganz kurz in Einstellungen was umstellen. Tatsächlich. Ganz kurz in meiner Ava-Media-Box. Denn das muss ich jetzt ganz umstellen wegen einer anderen Aufnahme, die ich relativ vor kurzem hatte. Habe ich vergessen umzustellen. Aufnahme in den richtigen Ordner, bitte. Dankeschön. Hier sieht man, das ist auch nicht... Es ist hier alles live. Und das hier, wenn ihr es hier auch glaubt, hier, dann gibt es hier nämlich einen kleinen Beweis. Hier. Moment, mal gleich. Ich fotografiere euch und mich. Naja, mich weniger. Neuer Tweet, das verstehe ich nicht. Hier. So. Los geht's. Geht's. Danke. Los geht's. Kann man das lesen. Plus Bild. Tweet gesendet. Und wir sehen im Moment nette Demo-Animation. Oh, ich muss es auflassen, dass es sendet. Hallo? Handy? Reagieren? So. In der Zeit gehen wir los. Also wie gesagt, Super Mario Bros. 3 spielen wir. Und das war die rote Packung. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, aber Timberwolf, schätze ich mal. Ne, ja. Timberwolf. Nein. Aber Doc DeLorean kriegt diese Videos ein bisschen früher zu sehen. Okay. Einmal zurück. Dass ich das synchronisieren kann. Ich bin zu schnell. Ich habe nämlich noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Und Tweet ist gesendet. Aufnahme läuft. 3, 4, 5. Ich starte jetzt. Und los geht's. Wir nehmen natürlich, obwohl das schon, naja, nehmen wir drei. Das ist egal. Ein Spieler natürlich. Also der zweite Teil auf dem 3DS wird sich darum drehen, dass man eine Million Münzen sammeln soll. Boah. Eine Million Münzen. Geil. Kommt raus, laut Amazon, am 17. 8. Bin ich gespannt. Am 19. 8. Soll er 3DS im Homemade XL. Aber es auch kommt schon vorher. Er soll mit Super Mario Bros. wie kommen. Äh, Super Mario Bros. 2. Ich bringe jetzt durcheinander vom Spiel. Alles klar. Deswegen würde ich am liebsten dieses Jahr durchspielen, bevor das andere kommt. In den nächsten nächsten Monat? Nein, in zwei Monaten, ne? Ja. Oh, zwei Geschenke. Dankeschön. Ähm, das haben wir in wie viele Minuten. Also ich habe währenddessen die Aufnahme offen, weil ich musste sehen, ob die Aufnahme abbricht. Wir haben nämlich getan hat Probleme. Moment, ein bisschen. Und, ja. Also, wir haben 6 Minuten, also gibt es 1 Stunde und 6 Minuten oder auch nicht. Darum geht es raus. Also machen wir 2 mal halbe Stunde ungefähr. Mal gucken. Also. Wir sind hier und es gibt auch ein Peach-Schloss. Äh, also gehen wir da rein. Aber es ist ein Blaues. Also gehen wir trotzdem rein. Welt 1. Schloss. Springen gegen den Block, um Bonus-Filme zu sehen. Der Ausgang ist links. Oh. Superspiel. Oh, komm mal nicht. Brauch mal 3. Okay. Upcheck, upcheck. Ob ich jetzt doch den Nunchuck nehmen soll? Naja, glaub ich nicht. Das geht auch noch. Also wenn man eine Wii-Board schüttelt, dann kann man so einen Dreh-Attack machen. Alles klar. Je weiter du im Spiel vorankommst, desto mehr Bonus-Filme stehen dir zur Auswahl. Besuche ab und zu Peach-Schloss und siehe mal nach. Zip. Kann ich da auch rein? Also, Karte-Scroll. Ja, diese und das. Ähm, ich werde mich nicht benühen, in die Bombe zu kommen. Ich will nämlich das Spiel regulär durchspielen. Weil man kommt direkt zur Welt 5, wenn man das betritt. Und in Welt 5 kann man nochmal eine Kanone finden, die in Welt 8 führt. Also, wir starten mit 5 Leben und sterben mit 0. Hallo und tschüss. Allein die Musik ist cool. Ich bin doch nicht blöd. Ey, das ist ein Rohr. Ach, nee, da können wir mal rein. Das ist interessant. Ach, nee, nicht kaputt machen. Oh. Wisst ihr warum? Seht ihr den P-Block, ne? Das ist der Grund. Aber man kann doch Walljump machen, habe ich gehört. Genau. Wir haben genug Zeit. Ah ja. Ich bin doch zu dumm dazu. Also, in Münzen sind ja keiner mehr drin, deswegen höre ich damit auf. Hallo. Servus. Wie die mit der Musik? 8, 9, 10, 11. Wow. Hallo. Obala. Höhö. Es geht wirklich noch. Höhö. Nice. Höhö. Oh. Yes! Mit dieser kann man jetzt ein bisschen schweben. Und so weiter. Also, stell dir mal vor, ihr seid jetzt mit Super Mario Bros. 2 und tut jetzt ganze Zeit rumfliegen, bis ihr eine Million Nutzen habt. Oh Gott. Genau. Nice. Okay. Hallo. Ja, wie die tanzen sind. Oh, wir haben eine verpasst. Gehen wir zurück. Oh, wie geil wie die tanzen. Wenn dieses kommt. Oh. Hallo. Na ja, nach 300 Sekunden. Ja komm, komm. Ah, so kommen wir doch schnell runter. Super. Ah. Hallo. Hallo. Ist auch wieder da. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Hallo. Hallo. Sind die so dumm. Ja, super. Mir gefällt das super. Okay. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Hätte ich noch nicht gemacht. Ich bin so doof. 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 Super. Ähm... Ja gut, egal. Jetzt komm ich doch nicht hoch, ist klar. Ah, ist klar, ich bin zu dumm dafür. Ihr wisst doch nicht, was ich machen wollte. Den Nerven, drauf springen und hoch. Ich bin zu dumm dazu. Ich bin kein Style-Spieler. Ja, oder wie man das nennen kann. Okay, jetzt haben wir so viel Zeit verschwendet. Up geht's. Ich weiß nicht, wie alle diese Brüder heißen. Echt, fragt mich das bitte nicht. Ah, diese Musik ist super. Oh, geil. Eis, Mario. Was? Eins? Ach! Hör mal auf. Bin ich nur so dumm? Oh, da tue ich nur so. Nein, und... Oh! Nee, wollen wir nicht. Oh nein! Hallo? Achso, ist klar. Mit dem Remote kann man... Alles klar, alles klar. Alles klar. Oh nein, hätte ich nicht machen sollen. Oh nein. 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 Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh n... Was werd ich? Ist klar! Aber da gehen wir trotzdem rein. Oh nein, wie soll ich denn da hochkommen? Achso, ganz einfach. Ich muss gar nicht hoch, es kommt runter. Äh, ja, hochladen läuft noch, alles gut. Alles gut. Hallo, diesen, danke. Ich hab mir Angst gerade gemacht. Scheiße. Mario, fette Saue. Das ist besser, wenn ich da noch hochfliegen kann. Oh, schon neun Level. Neun Leben. Irgendwo her. Ja. Ja. Also, in dem Level gibt's nämlich einen versteckten Ausgang. Oh, Moment. Da gehen wir noch zuerst rein. Und wir entdecken eine Pilzwelt. Nein, eine Pilzfaust. Hinter der Tür gibt es was. Gibt es Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Wer gefriert, verliert. Oh ja. Ist klar. Drehtafeln mit eins um. Suche zwei identische Items. Nicht diese zwei. Alter. Wuh. Yeah. Wuh, 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 wuh. Ich würde ganz stark sagen, links um. Wuh. Ey. Der hier. Oh. Blume. Und Gedöns. Ich hoffe, ich muss ein bisschen perken. Yes. Ich seit mal nebendran. Ich sag, hier ist ein Bowser drin. Gesagt. Und hier? Nein. Alles klar. Oh. Also da habe ich getippt habe, dass einer drin sein könnte. Den habe ich gefunden. Du kannst auf der Karte eins drücken, um items zu verwenden. Es lohnt sich, immer Items einzusetzen, um schwere Level zu bestehern. Alles klar. Let's go. Let's go. Let's go. Ähm. Demnächst mal einen Break machen. So in 15 Minuten. Oh. Kollege. Ich kill dich. Ey. Hallo. Ich kill dich. Hammer, Brüder. Hallo. Jod. Ha 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 ha. Stump. Ey, wie lieb das gemachtes Spiel. Ja. Doktor Yoshi. Schmeckt's Yoshi. Ja. Ist klar. Hallo. Wie spring ich hier raus? Brauch ich gar nicht. Höhö. Alles klar. Kann man von Yoshi eigentlich umspringen? Ah ja, ist klar. Eigentlich muss ich was anderes probieren. Genau. Ey, wie liebevolles Spiel gemacht ist. Ich kann kotzen. Und tschüss. Yes. Huh. Wie knapp das war. Hallo. Hm. Hey. Höhö. Ich bin eine Sau. War mir ein blaues Yoshi gewesen oder was? Oh nein. Oh nein. Hör auf. Hör auf. Yoshi! Ich bin ja nicht dumm hier. Doch, und wie? Ich brauche Hirschi. Boah! Was, wie noch? Wee! Wow! Schmeckt's langsam. Du Idiot! Willst du's nehmen? Man kann die auch runterfahren. Hab ich den Hammerbruder gesehen? Ja, ist ja klar. Ist klar, Hirschi! Ja, Hirschi! Du fettig Sau! Alles klar. Oh, tschüss. So! Oh, Hirschi! Ich werde dich vermissen! Jetzt mal die Daumen! Oh! Wenn meiner einer wüsste, wenn der Ausgang noch war... Ach nein! Mario, wir haben diesen Brief im Schloss erhalten. Er verhieß nichts Gutes. Von Bowser Jr. Ich habe deine Freunde in die Toads in Fragezeichenblöcke gesteckt. Wenn du ihnen helfen willst, bist du auf dich allein gestellt. Hehehe! Ich sorge mich um deine Freunde. Wenn du sie siehst, trage sie zum Ziel. Hilfe! 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 Hm. Soll ich? Nee. Soll ich? Nee. Soll ich? Hilfe! Die sind so dumm, die lassen sich immer entführen. Wir machen es natürlich. Guten Tag! Darf ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, nicht gerade die. Aber egal! Check it out! Ah, das war die hier. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen. Ah! Drei Stück. Na ja. Soll uns nicht dran hindern! Hallo! Ich soll dich tragen, du Idiot! Halt's Maul! Ich bin so dumm! Aber der kleine Maul sieht auch niedlich aus. Mau! Au! Stopp! Hopp! Hopp! Mario, gib Gummi! Nee! Nein! Wollte ich auch haben! Nee! Wollte ich nicht! Oh! Zehner Block! Ich habe das nicht. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Und ich bin so dumm! Zeit kriegen kann und dann uns weg. Also wir waren vorhin auch schon um die Zeit hier. Also müsste es ja eigentlich kommen demnächst. Wir warten hier ein bisschen. Wir warten hier ein bisschen. Auf B ist nichts belegt. Auf B ist nichts, nichts belegt, belegt, belegt. Ich flieg noch mal so lang. Ich flieg noch mal so lang. Oh nein. Ja, ich habe aber keinen Bock mehr zu warten. Alles klar. Und rüber, ganz runter. Waren wir noch mal. Und tschüss. Und war das hier? Nee. Nein, das ist bestimmt noch. Ah, da war sie doch. Oh, legt mich doch. 2, 23. Äh, 2, 33 ungefähr. Ich bin so blöd, blöd, blöd. Nicht nur, weil ich den nicht retten konnte. Dass der auch sterben kann. Ey, das ist so eine Pussy. Pff. Rette dich selber. Ohne Witz. Let's go! Let's go! Wie viel Uhr haben wir? Ey, mein Ohrfekt an weh zu tun. Das ist nämlich, dass ich vermeiden will. Ein seltsames Item ist immer gut zu gebrauchen. Hier, bitte. Woo! Nice. Ein Stern. Du kannst, ja klar. Du kannst eins drücken, um dieses hier aufzurufen. Listen. Wie in Zelda Ocarina of Time auch immer diese nervige. Listen! Hey, listen! Hey, listen! Tatsächlich muss ich jetzt einen Break machen. Wie lange haben wir denn? Äh, 28 Minuten und 10. Wenn ich das auf 28 Minuten und 30 Sekunden strecken kann, ungefähr, dann habe ich genau dreieinhalb Stunden im Pub. Äh, was gibt's denn hier noch schönes? Also, es ändert immer am Bowser Castle. Nur gibt's hier Ende 8 Dungeon. Einen kleinen, ähm, eine kleine Überraschung. Achte Welt, achte, äh, achte Welt, achte Schloss halt. Beziehungsweise eigentlich 16, das sind immer zwei. Und, schön weiter uploaden, ja. Das gibt's auf die Fresse, aber ich habe das Vermutung, dass es nicht fertig wird heute. Oh, wegen dem Internetproblem. Oh, wie dumm. Naja, dann mache ich hier kurz eine Pause. Der arme Hund will auch mal raus. Ja, äh, und dann geht's weiter mit Mario Brothers Wii. Super, New Super Mario Brothers Wii. Ja, hier nochmal die Packung. Also, bis gleich. Das ist ein, 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 das ist ein. Das ist ein, 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 das ist ein. Bis zum nächsten Mal.